Der Saturnmond Titan ist der einzige Mond im Sonnensystem, der eine eigene Atmosphäre besitzt. Die Raumsonde Gassini untersuchte die Atmosphäre erstmals im Jahr 2004 und fing beeindruckende Aufnahmen ein, als die Raumsonde Gassini bei ihrem Vorbeiflug an Titan einen Lander absetzte. Die Landeeinheit filmte bei der Landung auf dem Saturnmond Titan, einer völlig fremden Welt, die jedoch vertraut aussieht. Der Saturnmond Titan ist neben der Erde der einzige bekannte Himmelskörper im Sonnensystem, auf dessen Oberfläche sich Flüssigkeiten dauerhaft halten können. Titan hat sogar Flüsse und Seen. Der entscheidende Unterschied zwischen der Erde und dem Titan. Auf dem Saturnmond Titan herrschen eiskalte minus 180 Grad Celsius. Die Flüsse und Seen bestehen daher nicht aus Wasser, sondern aus flüssigem Methan.